Ok, weiter geht's. Wir sind jetzt gerade hier auf irgendeinem See gelandet. Wir sitzen in einem Boot. Schaut euch mal die riesige Antennenanlage an. Sieht schon krass aus. Der Himmel sieht so genial aus. Wahnsinn. Und auch dieses Wetterleuchten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe da noch einen Hund gehört. Aber die Sounds sind echt gut. Oder gefällt mir? Was haben wir denn hier? Manual. Pick up radio by pressing and holding grip button. Turn on and control the volume. Point your index finger and move the knob. Dann schauen wir uns mal an. Ja, das Radio. Dann rufen wir mal den Knopf. Das funktioniert echt geil. Oh, jetzt haben wir es sogar eingeschaltet. Okay, schauen wir mal. Wow. Aber die Sounds sind schon ein bisschen creepy. Sieht echt gut aus. Schade natürlich, dass hier die Hand so reinbackt, dass sie nicht wirklich normal umgreift. Aber hier ist auch keine fertige Version. Vielleicht wird das noch geändert. Aber schaut mal hier. Wir haben hier irgendeinen Knopf noch. CB. CB Funk. Weiß es nicht. Okay. Manu ist nicht. Manu. Okay. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Hier haben wir einen Rucksack. Den können wir aber jetzt nicht nehmen. Also hört sich die ganze Zeit so an, als ob da hinten einer langläuft. Okay. Was haben wir denn sonst noch hier? To control the frequency, point your index finger and move the knob. Genau. Ja. To switch the frequency, press the button on the back of the radio. Okay. Schauen wir uns mal die Frequenzen an. Oh, einen coolen Sender rein kriegen. Schauen wir mal hier rum. Sehen wir auch, die andere Skala leuchtet. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Lassen wir erstmal so. Wir probieren jetzt mal voran zu kommen. Und ich spiele es jetzt hier mit der Rift. Okay. Okay. Ein bisschen leiser. Ich kann es nicht. Wow. Aber wir haben jetzt erst das Intro. Sehr cool. Aber ich möchte es leiser machen. Und Leitement. Und Leitement. Okay. Kabel mal weiter. Also. Das ist bisher der schönste Himmel, den ich so gesehen habe. Und in den Vorausspielen. Anatoly, das ist in Vietnam. Anatoly, das ist in Vietnam. Anatoly, das ist ein bisschen. Aber das ist ein bisschen. Kabel mal weiter. Anatoly, das ist ein bisschen. Das ist eine Anatoly. Anatoly, das ist ein bisschen. Also, das ist ein bisschen. Das ist jetzt kein richtiges Horror-Spiel, aber schon ein Rädchen, die ein bisschen in der Richtung ist. Aber wir waren ein bisschen creepy. Ich habe das Gefühl, es war lange langer werden. Ich habe nochmal Gas hier. Da oben sehen wir irgendeinen Warten von mir, was ist gleich? War cool, wie das Licht da so durchscheint und man kann wirklich das Leuchten zu sehen, was da drin ist. Also grafisch ist das schon wirklich genial. Schauen wir uns jetzt da im Land erwartet. Ich will nur kein Moorleischnitz sehen. Ich glaube, in diese Richtung geht das Spiel auch gar nicht. Ich kann es wirklich ausmachen. Die geht schon ziemlich laut. Ich schaue mir das nochmal kurz im Menü an. Also extrem laut. Ich habe aber keine... Ich habe jetzt keine Einstellungen gefunden in dem Menü. So, wir haben jetzt hier auf dem Rücken glaube ich unseren Rucksack. Hier ist alles drin. Unsere Taschenlampe. Also Inventar klappt ganz gut. Also ich kann den Rucksack so liegen lassen. Kann mir was rausnehmen. Kann ihn wieder auf dem Rücken. Und wenn ich jetzt einfach mit der Lampe hinterm Rücken gehe, packt ihr die auch automatisch wieder weg. Klappt auch ganz gut. Movement gefällt mir jetzt mit den Oculus Controllern besser. Schauen wir mal was wir hier haben. Backpack Manual. Auch schön groß. Ja, das habe ich euch ja gerade schon erklärt. Das hier habe ich mir mal kurz angeguckt, bevor ich hier die Aufnahme gemacht habe, weil ich euch so ein bisschen was erklären kann. Aber ich habe jetzt ja auch hier nichts Großes irgendwie gemacht. Sondern nur mal geguckt, wie alles funktioniert. Schauen wir uns mal das hier an. ARDF Amateur Radio Direction Finding. Also known as Foxtailing. Solve complicated puzzles by running in order to achieve the goal under difficult physical conditions and time limits. The goal is to find hidden transmitters. Also called Foxes. As fast as possible by using only a direction finding receiver. Okay, wir haben ja nur ein normales Radio. Also dieses Teil haben wir noch nicht. Was wir hier auch auf dem Bild sehen. Radio Receiver is easy to use. Switch it on and catch the radio frequency. Okay. Ja. Wahrscheinlich später mal dazu. Hier sind auch überall runde Geräusche wieder. Pah. Wir wollen uns mal was kochen hier Leute. Oh. Okay. Nicht so schön. Schade. Es gibt die Physik jetzt nicht her. Was gibt die Physik denn her? Was gibt die Physik denn her? Was gibt die Physik denn her? Ha. Das ist cool. Mauen wir uns eine Kartoffel. Eine schöne Backkartoffel hier. Können wir mal essen? Ja, wir können die auch essen. Boah. Ich höre immer die ganze Zeit Geräusche. Das ist doch riesig. Ah, ich kann das sogar so aufpixen. Okay, du bleibst mal da. Schauen wir hier. Mein Telefon ist tot. Ich bin nicht sicher, wie lange ich hier bin. Mein Kopf ist zu explodieren. Ich erinnere mich nicht, wie ich hier kam. Ich bin Angst. Ich hoffe, Toni ist für mich. Ich kann hier nicht mehr lange warten. Ich warte für was auch. Wenn jemand das findet, dann bin ich hier. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich gehe. Cheers. Valerie. Okay. Die Valerie ist hier irgendwie. Hat ihr Lager aufgeschlagen. Ihr Head... Ihr Head explodiert. Nein, ihr Kopf explodiert. Ich erinnere mich nicht, wie ich hier bin. Also, sie kann sich nicht erinnern, wie sie hier hingekommen ist. Sie hat Angst. Sie hofft, dass Toni nach ihr guckt oder schaut oder sucht. Und sie kann hier nicht länger warten. Wenn jemand diese Nachricht erfindet, sie lebt. Aber sie weiß nicht, wo sie hingehen soll. Okay. Also, vielleicht finden wir die Valerie noch. Können wir hier reingehen? Valerie! Hooray! Jetzt fällt mir direkt dieser Song ein. Haben wir lieber Turn? Smooth Turn? Ne, ich will... Kleinst direkt. Okay. Es ist kein richtiges Snap Turn. Also, man sieht die Bewegung. Aber es geht noch. Es macht mich jetzt nicht irgendwie... Es gibt mir kein Motion Sickness Gefühl, sag ich mal so. Hier ist irgendein Rad. Kann ich nichts machen. Ich habe Angst. Schauen wir mal nach. Ich habe Angst. Wow! Okay. Schauen wir mal nach. Okay. Haben wir hier. Shelter Meeting, February 15. 23 Uhr. All potions must be held as usual. BR031. Hier liegen Nägel. Wow! Also, jetzt können wir einen Hammer gebrauchen, dann können wir Vampire töten. Aber da bräuchte ich mal einen Holzflock, ne? Das ist nicht ganz... Aber Sound sind echt cool, sogar wenn ich hier auf diesen Matsch rumlaufe. Passiert was. Ändert sich der Sound. Okay. Also, da habe ich gerade was gehört. Ist irgendwas weggeflogen? Braucht man wahrscheinlich nicht. Oh! Okay. Angenehm ist auch, ich brauche nicht die Grip-Taste halten. Also einmal in der Hand und behelten. Okay. Uns ist hier was kaputt gegangen. Und solange wir kein Schweißgerät finden, werden wir das auch nicht reparieren können. So, das heißt, das ist wirklich der richtige Weg. Kann man hier rüber gehen? Nein. Okay. Da sehen wir irgendwie jetzt eine riesen Sprohmauer oder was das ist. Okay. Ja. Wenn wir nicht verbrauchen können. Ich will nochmal die Lampe hier. Oh, bitte keine Schockmomente hier. Dass diese Schritte so nah fallen, ist ein bisschen komisch. Das macht mir Angst. Ich bin in VR echt nicht. Das ist Schissbox. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn euch das genauso geht, könnt ihr ja gerne mal unter die Kommentare schreiben. Ich finde aber diese Sound-Effekte so genial, dass man sich wirklich da komplett hineinversetzen kann. Das hört sich gerade an wie ein Auto. Aber hier war ja gerade ein LKW, wie ihr gesehen habt. Ich kann nochmal kurz hingehen. Hier. Und ein LKW, der mal hier runter gefahren ist und nicht mehr weg kommt, weiß ich nicht. Okay. Ein riesiger Turm. Hier geht es aber auch nirgendwo lang. Was steht denn hier? Against enlightenment, not the progress. Wegen enlightenment. Große Kabeltrommeln, die kenne ich von der Arbeit. Ist immer unangenehme Arbeit, wenn man hier wirklich so ein Kabel abtrommeln muss. Jetzt habe ich mich erschrocken. Was machst du denn? Und ich kann es gar nicht abschalten. Also eben konnte ich ja abschalten. Oh fuck, ich denke immer steht hier. Okay, Taschenlampe wieder rausholen. Radio kann ich jetzt nicht ausschalten. Okay, hier geht es nicht weiter. Oh, grafisch gefällt mir das richtig gut. Was haben wir denn hier? Hier haben wir doch schon einen Hammer. Ha! Na cool. Jetzt probiere ich aber mal, ob ich... Okay, ich kann... Kann ich hier einen Nagel... Ich will nicht doch, ich will nur einen Nagel. So, kann ich den hier reinhauen? Das wäre jetzt so genial. Nee. Okay, ich kann den Schwarz schlagen, aber nicht rein. Kann ich den jetzt mit ins Inventar nehmen? Wow! Du fliegst sogar, cool! So, schauen wir mal weiter. Hammer! Rucksack? Nein! Okay. Okay, fällt hier runter. Schaut mal Leute. Das kommt in den Rucksack. Ja geil. Haben wir doch schon unsere Winde? Mich interessiert ja immer in den Spielen, was ist möglich mit diesen Dingen, die man hier findet. Schraubendreher. Kann ich den mitnehmen? Nein, auch nicht. Schraubenschlüssel brauchen wir den vielleicht zur Montage gleich. Okay, also ich gehe davon aus, dass man alles, was man hier braucht, wirklich auch in den Rucksack packen muss. Ich hoffe es einfach mal. Schauen wir uns jetzt nochmal hier um. Also. Okay. Ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal da hin und schauen mal, ob wir das hier wieder montieren können. Oh je, oh je. Also Inventar funktioniert padellos. Genial. Ah, guck mal. Sehr geil. Brauchen wir noch nicht mal zu irgendwie montieren. Es geht bloß nicht mehr kaputt. Bleibst du da? Okay, Valerie. Ich versuche zu kommen. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Oh, komisches Gefühl. Jetzt packen wir uns wieder eine Lampe. Schauen wir mal was da hier. Soundeffekte 1A. Also gebe ich 10 Sterne von 10. Fällt mir richtig gut. So muss VR sein. Sieht schon genial aus, diese Schaumauer hier. Oh, oh. Da oben ist einer. Fülle Licht aus. Ich weiß nicht, ob wir uns sehen. Aber wir verstecken uns mal hinter den Bäumen. Versuchen wir ihn trotzdem noch zu sehen. So ein bisschen im Bild haben, was er macht. Okay, der haut ab. Okay. Vielleicht kommen wir da irgendwie hoch. Müssen wir mal schauen. Aus dem Zaun. Da kommen wir nicht lang. Okay. Was steht denn da drauf auf dem Schild? Kann ich mal gar nicht lesen. Aber wahrscheinlich irgendwas wie, geh hier nicht lang. Ich kriege jetzt in einen Kasten. Okay, der hört sich schon nach Hochspannung an. Wow. Was ist jetzt? Okay, wir haben wieder so ein Flashback. Vermute ich mal. Ich habe hier sogar unterschrieben gerade. Cool, dass man sowas alles einbaut. Das sieht jetzt aus wie so ein übergroßer Kondensator. Hallo. Hey Dimitri. Ich bin froh, dass du das Mikroschema gebracht hast. Gib die Logik an Vanya. Er hat fast die Flutgabe-Kontrolle in den Flutgabe. Komm schon. Pass das Ding an Vanya. Frequenzmessgerät? Ja komm, nimm. Ich schau mal, was er da macht. Ich schaue es einfach an und versuche, den Transmitter zu finden. Ich schaue es wieder an und dann muss ich... Ich gehe in die Richtung und gehe jetzt schneller. Ich gehe jetzt trotzdem in diese Richtung. Ich kann nicht weiter, sonst hätte ich auch mal da hinten gucken können. Er sagte mir gerade, ich soll das in irgendeine Box packen. Dmitri, put the Radio Fox in that box und lass mich klar. Ja, ja. Ist doch gut. Okay. Der Nachbeck ist vorbei. Was ich sicher? Wohne ich? Ja, ich schau mal. Ska mal. ini ra. Bis zum nächsten Mal. Jetzt bin ich Sie! Vielen Dank.